Hallo zusammen, willkommen bei der RxHG. Ich bin Luan, bin im zweiten Lehrjahr und mache eine Lehre als Logistiker der EFZ. Heute gebe ich euch einen kleinen Einblick in die Berufe des Logistikers. Ich hoffe, ihr habt Spass. Beim Wareeingang geht es darum, die Ware, die uns geliefert wird, entgegenzunehmen und zu kontrollieren. Bei uns ist die Kontrolle sehr wichtig, dass wir eine grosse Menge Waren annehmen, aber auch verschicken. Nach der Wareeingangskontrolle wird die Ware beschriftet und gelagert. Ich habe mich für die Lehre bei der RxHG entschieden, weil mir bereits beim Schnuppern das aufgestellte, kollegiale Team gefallen hat. Weitere Vorteile sind auf der jährlichen Lehrlingslager und Lehrlingsreise, Kostenübernahme von Schulbüchern und Halbtagsabos und eine Kostenbeteiligung am Lehrtop. In der Logistik hat es viele Aufgaben, die man selbstständig und auch im Team lösen kann. Beim Kommissionieren stellen wir Bestellungen von Kunden parat. Meine Lieblingstätigkeit in der Firma ist der Warenausgabe. Beim Warenausgang geht es eigentlich darum, die Ware an Kunden zu schicken. Sei es ein kleines Paket per Kurier oder auch mehrere Paletten auf den LKW überladen. Da haben wir jetzt einen kleinen Einblick in die Logistik bekommen. Falls wir dein Interesse geweckt haben und du Spass an den Kopf rechnen und im Kontakt mit Menschen und auch gerne die Verantwortung übernimmst, dann bewirb dich noch heute. Tschau zusammen. Hoffentlich sehen wir euch bald.